...280 ... ...440 ... ...281,03 ... ... für den Rampier. Ja, die Schimmigkeiten im letzten Jahr aber noch ganz entspannt angefahren. Nicht schneller als im letzten Jahr. Wir reden da. Oooooohh! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Das sind 92 reden. Aber jetzt auch wieder leider nur eine 281.69 für den Rolli-Phill gegen den 264. So was hat der Rolli dieses Mal? KM482,57. Ja dann muss der Nazi doch noch mal beitern. 239.68 im I-63. Hier ist die Lavi mit 238.68. Hier ist der Rolli-Phill. Der Zug 8374, 283, 0 in den Zahn. 880 S. Die Fahrt hat die Prozierung geändert. 2.87, 08 beim Ronny gegen 2.31, 08. 2.87, 08. 2.87, 08. 2.87, 08.